Musik Die brauchen wir etwas länger Musik Musik Ich habe doch ewig warten müssen. Unglaublich. Ich weiß noch, ich glaube, das längste, was ich mal für etwas gewartet hatte, waren eineinhalb Stunden. Und hier lag dann auch noch am vierten Versuch. Ah, schön. Ja, ich hoffe ja echt noch, dass Kaya vielleicht später noch dazu kommt. Weil mit dem könnte man dann halt auch mal ein paar Indies laufen. Also, noch nicht so viele. Ich glaube, so eine Daily kann man schon machen. Ich glaube, das ist Stufensteigerung, was man bei ihm machen kann, schon. Okay, einmal so zum Markt. Warum wollen wir denn da nicht hinlaufen? Aber war auch so geil. Gestern Kaya lernt ja quasi das Reiten gerade. Beziehungsweise hat er halt sein Schokobo bekommen. Und meint dann halt nur so, ja, das geht... Oh Gott. Das geht ja gar nicht. Ich so, hä, wie das geht ja gar nicht? Ja, ich kann ja gar nicht reiten. Ja, das geht so. Wir waren zu dem Zeitpunkt gerade in der Stadt und dann meinte ich halt nur so, ja, Kaya, das funktioniert doch nicht. Wir sind in einer Stadt. Ach so. Ähm. In den Städten kannst du nicht reiten. Und dann so, oh, scheiße. Ja, stimmt. So, ja. Geht etwas schlecht. Ich meine, vielleicht mit viel Fantasie funktioniert das vielleicht, aber wirklich nur mit viel Fantasie. Ich bin einfach schade, dass man in der Stadt nicht reiten kann. Ja, das stimmt. Aber das Gute ist, dafür gibt es dann halt ja diese Eteriäten. Gut, manchmal sind sie halt echt blöde platziert. Aber manchmal ist es auch ganz okay. So, jetzt habe ich noch irgendwas kommentisches freigeschaltet. Ja, das ist Ramo. Klassenquest Faustkämpfer. Ja, komm. Machen wir das einmal kurz. Oh Gott. Susox? Vielen lieben Dank für dein Follow. Und ein großes, dickes Hallo an dich. Ich glaube, ich habe deinen Namen richtig aufgesprochen. Wenn ich tue, es mir mega leid. Leute, das hat so zocken. Sehr geil. Ja, richtig. Oh, sehr gut. Ja, ey. Ich bin beim Namen sowas von schlecht, ne? Ich blamiere mich jedes Mal, wenn ich einen Namen irgendwie falsch ausspreche. Und ich denke mir immer so, oh, bitte lass das richtig sein. Oh. Auf jeden Fall herzlich willkommen hier. Mach es dir bequem. Schnapp dir was Kühles zu trinken. Vielleicht auch was zu essen. Und ja. Ich wünsche dir einen schönen Abend. Wollt ihr das überhaupt schon mal? Ich bin gerade irritiert, weil es rot ist. Ich bin gerade mega irritiert. Ah, okay, jetzt. Also nicht wundern, ich bin ein bisschen verpeilt heute. Ich, ähm, okay. Nicht nur heute. Ich bin eigentlich immer verpeilt. Ah, jetzt weiß ich den Fehler. Jetzt habe ich ihn auch erkannt. Ich zerlaube. Ah, ja. Ich muss nur gleich dran denken, dass ich zum Bade zurück wechsle. Was ist denn eigentlich alles normal heute? Ja, ne? Ja, das habe ich schon wieder. Ah, 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 ah. Jo, verpeilt. Ich sag's ja. Ah, ah, ah. Ah, 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 ah. Hm. Ich sag ja, mit mir soll ich nichts umzufangen. Das ist wieder einer dieser Tage, wo man etwas macht und es einfach nicht hinkriegt. Und noch einmal dahin, weil es so schön war. Gute, ich habe aber auch kaum Tränke. Ich bin doch mit meinem Heiler-Camp. Also nur so als Info. Wir machen gerade... Also ich mache gerade leider keine Story, weil wir gerade darauf warten, dass wir ein paar Indies reinkommen. Beziehungsweise ein paar Prüfungen. Und... Und... Ja. Deswegen... Machen wir gerade keine Story. Ich bereite mich jetzt schon mal so ein bisschen seelisch aufs Farben vor. Aber ich habe mich gestern mit einem aus dem Chat unterhalten. Der meinte, dass wir zumindest schon mal anfangen könnten, die Ponys zu farben. Und ich will die Ponys haben. Und für alles andere muss ich 80 sein. Ah! Du hast den schwarzen Schokobo! Ah! Ich will ihn haben! Ah! Ich habe ihn gemerkt! Da! Ich will den schwarzen Schokobo! Ich will den schwarzen Schokobo haben! Das hat mir Mira gestern geschickt. Mira hat mir gestern gesagt, dass man eine schwarzen Schokobo haben kann. So. Du musst mir jetzt sagen, was, wie, wann, wie viele tausend Euro ich dafür ausgeben muss. Ich mache es. Und wenn ich meine Seele verkaufen muss, mache ich auch. Ich brauche den schwarzen Schokobo. Ich meine, ich habe mir ja auch für teuer Geld dieses fette Vieh hier gekauft. Also die fette Katze. Ich liebe alles, was fett ist. Also in-game. In-game, was fett ist. In-game bin ich da nicht ganz so, aber in-game, ich brauche das. Äh, wir müssen einfach nur bei einem dieser Stream vier Subs giften, während sie das Game streamen. Wie lang geht das? Ich muss nämlich warten bis... Ein frisches Guck. Hey. Okay, gut. Also, nächsten Monat. Nächsten Monat. Muss ich nur noch herausfinden, welches Streamer. Ich... Ich brauche das Ding. Das, das will ich haben. Da geht... Also, da geht kein Weg dran vorbei. Ich meine, was gibt es Geileres? Also, ich meine, im Gelb ist er schon geil. Aber in Schwarz. In Schwarz. Ich brauche den. Ich brauche den. Ich brauche ihn, ich kriege den. Also, nicht, dass du dich wohnst. Ich will, wie gesagt, wirklich alles haben, was fett ist. Weil das ist einfach so süß, so knudlig, so knuffig, so... Okay, ich muss in die Richtung. Knudlig. Nein. Oh Gott, was habe ich denn jetzt schon wieder? Da gehöre ich das hier. Oh Gott, das geht gar nicht. Aber Mama sagt, das ist gar nicht fett. Nein, überhaupt nicht. Das ist doch nicht fett. Niemals, nie. So war dann das hier was, ne? Ja, stellen wir die Holzpuppe auf. So. Gegen dich kann ich kämpfen, du stehst hier alleine. Da, wenn ich nicht. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Lass mich leben! Das da ist ein harter Bock. Ich wollte eigentlich auch gar nicht gegen den Kett. Das ist eigentlich ganz wunderschön. Ich werde sterben, wohnen wieder. Ja. Heute ist nicht mein Tag. Heute ist nicht mein Tag. Heute ist nicht mein Tag. Wie lange warten wir jetzt auch, dass wir bei Shiva reinkommen? 20 Minuten? 25? Das hin? Oh, 28! Hoppala! 20 Minuten steht bei mir. Ja, bei mir auch. Ich bin doch gar nicht so lange vor, dass wir so lange warten. Ah, dann kann man dann hier noch herstürmen. Das, was immer am längsten dauert. Dann könnte ich hier. So. Wir brauchen ja nur noch zwei von diesen e-kaften Puppen. Wir brauchen ja nur noch zwei von diesen e-kaften Puppen. Wir brauchen ja auch nur die Bestialiumsviecher da fertig haben. Aber... Ja, das klappt heute nicht so ganz. Okay, ich muss auf jeden Fall gleich nochmal kurz zur Garage. Ich brauche meinen... Ich brauche meinen... Mein Energie. Achso... Äh... Nehmen wir dich. 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 Nehmen wir mich. Nehmen wir uns an. Nehmen wir... Nehmen wir uns an. Nehmen wir jetzt drei Sch лет Provost 형 videos. Nehmen wir uns an. Nehmen wir uns an. Danke. So, mach ich aber ganz kurz so. Bitte Pfeiler, Pfeiler. Dann mach ich sie erst mal Bade platt. Ich bin zumindest lieber, als wenn ich dann wieder direkt sterbe. Wie ich in der Tat gesagt habe, der heilte Park warst. Ja, in der Tat. In der Tat. Ich war zwar noch nicht drin, weil du nicht Park sind da weniger Mainz, aber ja, kenne ich. Ich glaube, mein Freund war da schon im Heide Park. Und da ist auch nicht Laurenti. Äh... So, diesen Weg Richtung. Ah, hier. Ach so. Ach ja, Gruppe. Ja gut. Ja. So lange kann ich ja noch mal ein Ding zu essen essen. Und den werden wir noch mal aufs Klo geben, wenn es noch länger dauert. So wurde praktisch in ihm drinne. Sehr cool. Wir haben auch einen Park in der Nähe. Ich weiß gar nicht, wie weit der Heide-Park von uns weg ist. Halbe Stunde? Eine? Halbe bis eine Stunde, sag ich jetzt einfach mal. So, größer weiß das eher als ich. Der ist öfter mal unterwegs. So, ich habe das ungute Gefühl, wenn ich jetzt so enthält... Teller hochbringe, kommen wir in die Indie rein. Egal, ich riskiere das kurz. Ich bin kurz den Teller hoch und bin gleich wieder da. Aber kein Pause-Screaming. Ich bleibe so lange hier. Bis gleich. So, warte, in diesen Wegrichtung. Ja, wie Sie sehen, sehen Sie nicht. Das ist alles weiß, ne? Läuft. Apropos wie viel... Okay, ich glaube, eine Sachen könnte ich mir schon wieder kaufen. Und hier? Oh, zu weit. Ein bisschen... Das muss ich noch erledigen. Da. Oh, was? Oh Gott. Da, hier. Ja, hallo. Das... Das ist ein Joint. Und der schreibt mir immer so ins Ohr. Ja, ja. Aber hätte ich die Glaubt-Checke nicht mal auf... Und das nett. Das muss ich auf jeden Fall höher machen, glaube ich. Das muss für mich... Video. So. Oh, oh, nö. Da muss ich hin. Bäh. Ich habe halt keinen mehr von diesem komischen Umschlägen. Und alles gut bei dir? Äh. Ähm. Ich kann nicht klagen. Und selbst? Äh, äh, ja. Kann nicht klagen. Und selbst? Oh, ja, okay. Ja, und selbst? Ich wusste, dass das kommt. Ja, und selbst? Alles gut, die... Ja, läuft so. Ja, und selbst? Ja, es, äh, es passt. Außer, dass heute mal wieder der Kemptner bei uns war, weil im Keller mal wieder irgendeine Leitung getropft hat. Aber sonst, ich sag ja, das Haus zerfällt langsam. Ja, dir fällt bald die Decke auf den Kopf, wa? Ja, wenn die Dicke da oben weiter mal auf den Boden fällt, bestimmt. Ey, schlimm manchmal, ey, als wenn die da Schränke rückt oder Bowling spielt in ihrer Bude, ey. Hm, Schränke rücken. Bowling. Und das vor allem mitten in der Nacht. Mhm. Teilweise. Schränke. Bowling. Nee, das andere habe ich schon gehört. Das ist was anderes. Leider. Schränke. Bowling. Ja, nenn das wie du willst. Darten. Darten. Genau. Wenn man beim Darten auch so laut ist. Kopfschlagen. Kopfschlagen, was weiß ich. Mhm. Mhm, ja, natürlich. Mhm. Finster Waldrahmung. Ich nötige Duftdurte gerade, um mit mir die Indies zu laufen. Ach so. Ja. Ich glaube, Dufte sind schon völlig fertig. Ja, Durchschnitt 30 Minuten. Geil. Nochmal so lange Fahrten. Oh Mann. Äh. Das geht schon. Ja. 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 Hm. Hm. Ja, die anderen sind noch nicht... Nein, glaube ich. Wobei doch, Hybrids ist zumindest bei The Squad Wonder. Äh. Ja. Oh. Ich glaube, hier ist uns keiner gerade... ...die... ...ne. Weder Hybrids, noch derer, noch Mira. Da alleine. Ja. Wir sind da lange. Ach so, ja, das kann ich ja noch nicht machen. Tod gesagt, Leben länger war, glaube ich... ...ging, glaube ich, auch nicht weiter. Hochzeit mit Hindernissen. So muss ich... Was musste ich da dann nochmal machen? Ich glaube, da musste ich auch in die Indie rein. Das lübt nicht so ganz. Äh. Scheinbar nicht. Ja, ich wollte erstmal heute die ganzen Indies machen. Okay. Ja, weil ich beim letzten Mal ja sehr viel Story gemacht hab und die Indies vernachlässigt hab. Und diesmal will ich die Indies machen. Die Story auch sonst mal ein bisschen vernachlässigen. Ja gut, das ist halt einfach, es gibt so viel zu tun. Äh. So viel zu tun, so wenig Zeit. Das wollte ich dann nicht sagen, aber ich weiß ja gar nicht, was man jetzt eigentlich so zuerst machen soll. Mit ihr wüsste ich, was ich zuerst machen müsste. Nicht umbringen? Nee, das kannst du schon ganz gut alleine. Ach so, das denn? Ja, okay. Ja, da muss ich in die Indie rein. Das wird sonst nichts. Der Weg der Samurai. Samurai. Was könnte ich tun? Ich glaube, ich kann ja mal von der Liste sprechen. Ach ja. Ja. So ist das. Ich habe vorhin schon berichtet, wie viel du gestern bei 5.14 geschafft hast. Oh. Ja, ich bin aber auch gestorben, ne? Also, ja. Wer tut das nicht? Ja, du. Doch, passiver. Sagst doch immer, du bist unversiegbar. Das wäre ich gerne, ja. Klappt nur nicht so. Mit dem Unbesiegbarsein. Hat man ja eben gesehen bei Shiva. Ja gut, das stimmt. Sein Bub ist dabei. Ja klar, bei Shiva. Da musst du irgendwann auch noch hin. Ja, ja, irgendwann. Aber jetzt ja wohl noch nicht. Ich glaube, ich glaube, bei dir... Shiva kommt, glaube ich, erst im Add-on. Ach so. Ich glaube, bei dir... Das war doch auch ein Dragon Ball Z-Lied. Du wirst unbesiegbar sein. Oh Gott. Das weiß ich nicht. Das weiß Kaya. Das stimmt. Ich weiß gar nicht. Du wirst im Hauptspiel besiegen... Gut, Ifrit, hast du. Titan, Garuda, Leviathan. Mal nachgucken. Oh. War das Falsche? Ja, Ramu, Leviathan, Titan, Garuda, Ifrit. Die wirst du besiegen. Wahrscheinlich. Ja, oder sie besiegen mich. Wahrscheinlich. Also zumindest gehen wir davon aus, dass du die besiegen wirst. Ja, ich weiß halt nicht, ob deine Storyline anders ist als... Oh, ja gut, okay. Meine. Das ist halt der Nachteil. Ja, das stimmt. Natürlich. Wir helfen auch beim Sterben. Das ist super. Guck mal. Sterben wir mindestens nicht allein. Bzw. weiß ich. Das ist nett. Ja, ne? So, Samurai. Wie sagt man, in guten wie in schlechten Zeiten, ne? Ja, ne? Samurai freigeschaltet. Kombos. Geil, oh. Boah, bist du jetzt ein Samurai? Ich kann jetzt auch Samurai sein, ja. Ich muss nur dafür wahrscheinlich Platz beim Inventar schaffen, ja. Ich muss jetzt hier mal ein bisschen was zu müssen ins Arsenal räumen. Denn ich nix mehr Platz im Inventar. Hoch. Ja, immer noch kein Platz im Inventar. Das ist sehr genial. Brauch unbedingt... Das Problem ist, ich kann die ganze... Die Hälfte der Sachen kann ich nicht verkaufen. So. Uh. 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 Wobei, die Tänzerin gefällt mir immer noch am besten. Neben dem Baden natürlich. Ja, die ist cool. Das stimmt. Hatten wir ja gestern. Bist du auch abgedanst? Hm. Witzig, witzig. Funkel, funkel. Ja, das war gestern noch so, wo du das eine... Was hast du da gemacht? Ein Foto? Ein Video? Äh, Foto. Wo ich an dir vorbeikam und dann auf einmal sie einfach so... Zeigte mich so, okay. Ja, stimmt. Das war cool. Ich glaube, es hat sich gerade wieder hingesetzt. So laut? Ja, nee. Sein Stuhl ist laut. Ich glaube aber nur, dass er es war. Sonst, wenn das eines der Tiere auf die Tür gesprungen ist. Oh, das war ein Pupser. Das kann auch sein. Das kann auch sein. Wer spricht doch? Nenner von Karakas. Bin fett. Bist doch nicht fett. Fett ist nur der, der sich fett fühlt. Auf dich trifft das nicht, so Kaya. Wieso? Wenn ich das sage. Ach so. Was? Und, fahrst du dich schon auf deine nächste Indie? Nein. Fahst du dich so nicht? Äh. Weil du immer abdrehst und zum Berserker wirst. Ja, was kann ich dafür, wenn andere Scheiße bauen? Ehehehehe. Was war das denn? Weiß ich nicht. Das diebische, gemeinische Lachen? Naja, das war noch in der Übung. Aber ganz gewaltig in der Übung. Ja, du, man lernt nie aus, ne? Ja, du sowieso nicht. Ja, niemand, ne? Ja. Ja, du sowieso. Ja, du schon. Auf dich trifft das alles nicht zu. Ich habe nicht von mir geredet. Das ist schon klar. Ja, aber ich habe nicht von mir geredet. Ich muss hier diese komischen Katzen töten. Ich will keine Katzen töten. Oh, da will ich gleich mit Zelt im Knuddel. Wenn ich die so schreien höre. Unser Hund bellt. Naja, wenn er Miau machen würde, würde ich mir Sorgen machen. Ja, es gibt bestimmt Hunde, die machen Miau. Das weiß ich nicht. Ich, 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 ich habe, ich bin, ich bin, äh, ich bin, ähm, ne, ähm, noch keinem begegnet. Nee? Nee, du? Nö. Na, siehst du. Ja, nö, nö. Huch. Frisches Fumfass, Ackermister Universum. Das läuft. Natürlich, dödlich. Sicher, Digga. Natürlich, dödlich. Alles klar. Oder so ähnlich, wie das auch immer geht. Ja, war klar schon. Das glaube ich richtig. Ah. So, okay, 2-2 brauche ich noch. Ja. Okay, einmal Richtung Nordwest. Nord. Der dreht jetzt Richtung unser Hund ab. Wie kommt's? Ich nehme mal an, dass Futter's draußen ist. Ah, okay. Ob das der Kleine nicht gefällt. Das ist, das kann natürlich sein. Das ist jetzt mal so eine ganz starke Vermutung, die ich habe. Immer mit der Vermutung liegst du wahrscheinlich gar nicht mal so falsch. Nee. 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 Oh, ich habe dich gefunden. Das Eben, das perfekte Ebenbild zu dir. Hm? Nicht ganz. Puh. Du greifst mich an. Ja, du hast mich auch beleidigt. Südwest. Nö, wie denn? So, wirklich. Südwest? Aber was soll denn hier im Südwesten sein? Boah, warte mal, ich bin mal kurz in der Küche mein Essen aus dem Ofen holen, sonst ist nämlich gleich Holzkohle. Oh, geil. Holzkohle schmeckt. Nee, nicht wirklich. Bis gleich. Bis gleich. Südwest. Ja, hier ist aber nichts. Oder mein... Ist das da hinten gemeint? Pff. Kann auch sein, dass das hier... Ja, ich glaube eher, dass das hier hinten ist gemeint. Hä? Nee. Ja, aber da oben war es nicht, da hinten ist es nicht. Baaaaaah. It's end. Weiter Südwesten geht schon nicht mehr. Das einzige Südwesten, was mir da noch einfällt, ist da hinten. Ja. Animal Everywhere. Ja. 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 Da oben. Ja. Untertitelung des ZDF, 2020